Besseres und konzentrierteres Bibellese durch das Markieren der Bibel. Darf man das? Soll man das? Wie geht es? Das möchte ich uns heute in diesem Video kurz vorstellen. Ja, hallo, hier ist Pastor Sven Barth und heute soll es darum gehen, die Bibel einmal zu lesen, aber dann vielleicht auch konzentrierter zu lesen, praktischer zu lesen, indem ich die Bibel markiere. Und die Frage ist natürlich, darf ich in einer Bibel etwas markieren? Darf ich da reinschreiben? Darf ich die mit Farbe bemalen? Und ich denke, da spricht überhaupt nichts dagegen, sondern im Gegenteil. Ich habe gemerkt, für mich, je bunter die Bibel, umso besser ist es. Für mich, das ist meine persönliche Meinung, ich sehe gerne in Bibeln von anderen und wenn ich das sehe, dass da gearbeitet worden ist, das sagt viel über denjenigen aus. Also mir gefällt das persönlich sehr und ich möchte uns anhand von zweier Systemen, wie man das letztendlich macht, das jedem selbst überlassen, aber vielleicht mal einfach einen praktischen Einblick geben, wie ich das so mache. Bevor wir uns das in der Praxis anschauen, möchte ich uns aber den Grund, warum soll man mit Stiften arbeiten. Ich denke, das sind zwei einfache Gründe. Einmal, man ist einfach aktiver dabei. Ihr kennt das vielleicht, man liest die Bibel, man schlägt zu und fragt man sich, was hat man eigentlich gelesen? Und wenn du einen Stift in der Hand hältst, dann fokussierst du schon mal ganz anders. Du drosselst das Tempo, du liest genauer und ich denke, das ist ein guter Aspekt, um sich damit auseinanderzusetzen, die Bibel zu lesen. Für mich ist es persönlich auch etwas, durch das Markieren findet man sich einfach in der Bibel zurecht, als wenn da jetzt gar nichts markiert ist, sieht alles gleich aus, aber wenn da mit verschiedenen Farben markiert worden ist, es prägt sich einfach besser ein. Gut, also generell, mit Farbearbeiten finde ich etwas Positives. Jetzt ist ja die Frage, welche Farben kann ich da nehmen? Eignet sich etwas besonders gut, etwas nicht besonders gut? Und hier, denke ich, muss jeder so ein bisschen rum experimentieren. Also ich habe ganz gern, wenn es knallend leuchtend ist, wenn es vielfarbig ist, und da nehme ich vor allem die Stabilo-Stifte. Diese Stabilo-Stifte, die sehen einfach gut aus, haben einen guten Ton. Nachteil ist natürlich, einmal markiert, du bekommst es nicht mehr weg. Das ist ganz klar. Du bekommst es nicht mehr weg, wenn sich dein System ändern sollte, wie du anstreichst oder du hast einen Fehler gemacht, dann ist es halt drin in der Bibel. Der zweite Nachteil, den ich sehe, ist, dass diese Stabilo-Stifte durchdrücken. Das kommt jetzt aber auch wiederum aufs Papier an, welche Bibel du nimmst. Ich habe zum Beispiel gemerkt, bei meiner alten Luther-Bibel, da kann ich wunderbar markieren, das drückt zwar ein bisschen durch, aber das stört mich überhaupt nicht. Auch in meiner Standard-Schlachter habe ich mittlerweile auch die Stabilo-Stifte benutzt. Und klar, ein bisschen drückt durch, aber es ist machbar, es ist okay. Es gibt aber andere Bibeln wiederum, das drückt so stark durch, dass du die gegenüberliegende Seite dann kaum noch lesen kannst. Da muss jeder vielleicht ein bisschen am Anfang mal, vielleicht in den hinteren Teilen der Bibel, mal gucken, geht es, funktioniert das und dann vielleicht doch auf andere Stifte ausweichen. Das wäre mein zweiter Tipp von den Stiften her, Bleistifte. Hier, das ist meine Erfahrung jetzt wiederum, würde ich nicht die ganz günstigen nehmen. Kann man nehmen, keine Frage. Nur, also ich persönlich bevorzuge diese Aquarellstifte, einfach sie sind weicher, man kann sie besser wegradieren. Und das ist eben der Vorteil, wenn sich das System ändert oder du hast was falsch angestrichen, du kriegst es in der Regel wieder gut raus mit den Bleistiften. Von dem her habe ich lange Zeit gemacht mit denen, oder mache ich immer noch, genau, und von dem her Bleistifte sind natürlich super. Andere Stifte, die ich auch empfehlen kann, sind die Mikronstifte. Die sind, glaube ich, sogar speziell fürs Bibellesen gemacht. Kann man natürlich auch anders nehmen. Nennen sich Biblemarker. Und ich habe gemerkt, das sind Stifte, die drücken nicht durch. Also das ist wirklich genial. Vielleicht drücken sie ein ganz kleines bisschen durch, aber in meinen Bibeln, muss ich sagen, drücken sie überhaupt nicht durch. Das ist wirklich gut. Das sind so Finelinerstifte. Also ich habe die Stabilo Fineliner schon genommen, die drücke komplett durch. Das kannst du vergessen. Aber diese Mikronstifte, die sind wirklich gut, auch zum Einkringeln, zum Unterstreichen. Die sind nicht ganz günstig, aber ich finde persönlich, haben sie mir einen guten Dienst erwiesen. Okay, also einmal Stabilo Stifte, Bleistifte und diese Mikronstifte. Man kann aber letztendlich, muss jeder für sich selbst herausfinden, welche Stifte für ihn gut sind. Dann möchte ich jetzt kurz mein Farbesystem vorstellen. Ich werde es nachher in der Praxis auch ganz kurz zeigen. Wer da noch dran geblieben ist am Video, kann da mal reinschauen. Also ich habe angefangen mit unterschiedlichsten Systemen. Ich habe die alle wieder verworfen, weil es für mich nichts war. Aber ich glaube, das gehört auch zum Prozess, dass man einfach anfängt, sich vielleicht die Liste macht und später das immer wieder auch anpassen tut. Ich habe von meinem ganz lieben Bruder ein System gelernt für mich, das habe ich lange angewandt. Das hat nur vier Farben, vier Farben, und zwar grün, rot, gelb und blau. Und zwar, ich stelle euch das gerade mal vor, die Farbe rot war, also sie ist nicht so differenziert. Ich habe dann gemerkt beim Bibellesen, deswegen habe ich es dann auch geändert. Aber es ist ein gutes System. Ich habe es dann angepasst. Die Farbe rot war für mich alles, was wichtig ist oder was mit dem Herrn Jesus zu tun hatte, was mit dem Blut zu tun hatte, Vergebung zu tun hatte, Sühnopfer, all diese Dinge, rot. Die grüne Farbe habe ich genommen dann für alles, was Israel ist, alles, was Mosaisches Gesetz ist, alles, was für das tausendjährige Reich, also zukünftiges gilt. Man kann auch alttestamentliche Zitate, die im Neuen Testament, habe ich auch grün unterstrichen. Also da kann man auch verschiedene Vorgehen, aber man merkt einfach, und das ist wichtig, und da mache ich auch ein anderes Video drüber, man sieht einfach so den Unterschied Israel, die Gemeinde, man sieht, was ist Mosaisches Gesetz, wo redet der Paulus jetzt hin. Das ist wichtig. Also grüne Farbe, alles, was so Israel und Mosaisches Gesetz ist. Dann habe ich noch gelb. Gelb ist Heiliger Geist und die Farbe blau ist alles so, was Sünde ist, was Gericht ist. Und ich werde euch das gleich zeigen, wie ich das praktisch gemacht habe. Also dieses Vier-Farbe-System ist ein guter Anfang, um sich mal damit auseinanderzusetzen. Ich habe dann im Laufe der Zeit mir ein anderes System erarbeitet. Und auch hier vielleicht nur ganz kurz aus dem, das kann jeder machen, wie er möchte, mal ganz kurz aus dem Kopf heraus, ich habe dann zum Beispiel eine Farbe für das Wesen Gottes. Wie ist Gott? Was tut Gott? Das habe ich zum Beispiel in der Farbe Lila gemacht. Ich habe extra Farbe, ich glaube, es war hellgrün, für Verheißungen genommen. Sünde habe ich dann nicht mehr blau gemacht, wie im anderen System, sondern ich habe es dunkellila gemacht. Also wirklich, da sehe ich, da ist die richtige Sünde. Also man kann da ganz unterschiedlich, ich zeige es euch auch im Video. Aber hier sieht man einfach, das ist so im Laufe der Jahre entstanden und ich bin sicher, ich werde es auch wieder irgendwie ändern. Aber wenn ich heute eine Bibel aufschlage, dann weiß ich genau, was steht wo und wie steht es da, warum steht es da. Und es macht wirklich Sinn, sich so für sich selbst ein System auszudenken, dass man jederzeit anpassen kann. Aber so, denke ich, kann man gut mit der Bibel umgehen und man macht Fortschritte damit. Ja, ich bin gespannt. Das würde ich mich mal sehr interessieren, wie du deine Bibel markierst, mit welchen Stiften. Wie gehst du vor? Markierst du überhaupt oder hast du vielleicht auch Vorurteile, dass man das nicht machen darf? Würde mich echt interessieren, wie ihr da vorgeht. Und vielleicht ist der eine oder andere dabei, der mich inspiriert, vielleicht nochmal ein ganz neues System zu machen. Gut, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ihr werdet zu fleißigen Bibellesern oder seid es bereits schon. Und ich hoffe, dass euch das Video ein Stück weit inspiriert hat, geholfen hat. Und okay, dann geht man jetzt in den Praxisteil noch hinein. So, ich möchte euch das gerade mal ganz praktisch zeigen, wie man das hier, ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen. Und zwar, hier sind die verschiedenen vier Farben. Da ist das Gesetz grün unterstrichen. Eben, das zeigt mir, es geht ums Gesetz. Es geht ums Mosaische Gesetz, es geht um Israel. Wir haben hier der Heilige Geist unterstrichen in Gelb. Rot habe ich hier einfach wichtige Dinge unterstrichen. Und wenn wir mal ein bisschen hier rauszoomen, hier oben blau, ich hoffe, das ist erkennbar. Hier ist jetzt der Sündekatalog. Das ist in blau geschrieben. Eben, also man sieht hier einfach rot, grün, blau, gelb, alles auf einer Seite. So, auch hier mal praktischen Blick in die Offenbarung, Kapitel 2 und 3. Auch hier wieder alles, was Sünde ist, blau, Gericht blau. Das, was rot ist, war jetzt für mich das, was ich für mich herausheben wollte, was wichtig ist. Wir sehen hier Heilige Geist wieder im Gelb. Ich habe hier für mich noch so eine braune Farbe genommen. Das sind so die Zeitangabe oder auch Ortsangabe, damit es auch ein bisschen raussticht. Oder Nikolaiten hier. Grün auch wieder hier in Bezug auf zum Beispiel Israel oder tausendjähriges Reich. Einfach damit sich das ein bisschen hier abhebt. Genau, und so gehe ich in der Offenbarung dann durch. Auch hier wieder griechische Begriffe. Und man sieht einfach, so hat man einen schönen Überblick. So, hier jetzt mal, das ist jetzt ein System, das ich jetzt benutze. Und zwar hat das mehrere Farben. Nochmal ein anderes System als dieses Vier-Farben-System. Vielleicht nur ganz kurz hier erklärt. Ich habe hier jetzt orange mal, alles was ein Christ tun sollte. Dann habe ich hier in, ja das ist schon fast pink, sollte eigentlich rot sein. Das ist alles, was mit Jesus Christus zu tun hat. Also ich weiß, auch das Blut Jesu Christi ist in Rot gemacht. Erlösung, alles was hier mit Jesus zu tun hat. Was haben wir hier noch? Das alles, was Lila ist, habe ich. Und auch hier, das ist alles, was mit dem Vater im Himmel zu tun hat. Auch hier das Wesen Gottes habe ich in Lila gemacht. Ja, was gibt es noch hier? Gelb war eher das, was mir persönlich jetzt auch wieder wichtig ist. Ja, aber man kann das ja machen, wie man möchte. Also das, was man für Farben, Assoziationen hat mit Farben, genau das kann man ja für sich selbst so machen.